Es hat gerade vier Stunden damit verbreitet, die Katze zu begraben. Vier Stunden, um denn Katze zu begraben? Ja, sie wollte einfach nicht still bleiben. Ach, die war doch gar nicht still. Nein, nein, aber es ging überhaupt nicht gut, wissen Sie. Und da wir ja jetzt vier Tage nach Lüneburg fahren, dachte ich, es wäre doch besser, jetzt zu begraben. Einfach nur für sicheren Seite zu sein. Ja, nee, dann haben Sie schon recht, natürlich lieber jetzt. Wir müssen übrigens unseren Wäldensittiche einschläfern lassen. Ach, wirklich? Bist du alt? Nee, den mögen wir noch nicht. Jetzt bringen wir morgen zum Tierarzt. Ach, sagen Sie, wie geschlettert man den Wäldensittiche überhaupt ein? Das ist witzig, dass Sie mich das fragen. Ich habe nämlich gerade gestern ein richtig dickes, großes Buch über das Einschläfern von Wäldensittichen gelesen und abschreiben können Sie entweder mit dem Buch erschlagen oder Sie erschießen. Und zwar genau da. Also hier über den Schnabel. Ach, genau da, ja. Ja, sagen Sie was. Aber, hat Frau Müller nicht hier und jetzt noch einmal die Toilette unter den Spiel? Hm? KLM-Oランダ航空 952-Bin. Untertitelung des ZDF, 2020